Schauen Sie mal, das soll lustig sein. Ein Streich, heimlich gefilmt. Ein verdächtig gekleideter Mann mit Rucksackstopp vor einer Bushaltstelle und dann? Genau. Menschen erschrecken und rennen weg. Hunderte solcher Videos gibt's bereits im Internet. Die Kirche St. Michael in der Münchner Innenstadt. Auch sie sollte Schauplatz eines sogenannten Prank-Videos werden. Am Pfingstsamstag, mitten während einer Messe. Drei Männer betreten die Kirche, zwei von ihnen als Islamisten verkleidet mit Rucksack. Ein dritter filmt. Die beiden Verkleideten laufen zum Altar, ziehen Schuhe aus, legen Rucksack ab und beginnen zu beten. Fabian Huber besucht diesen Gottesdienst. Er bekommt Angst, erinnert er sich. Obwohl der Pfarrer weiter predigt, wird es unruhig im Kirchenschiff. Ziemlich schnell hat man auch gemerkt, dass die Leute beunruhigt waren. Und es waren auch Familien da mit Kindern, ältere Leute, die dann auch Angst gehabt haben. Das hat man gesehen. Und sonst wäre man nicht so schnurstracks auch rausgegangen. Und man muss ja auch froh sein, dass der Pater so ruhig geblieben ist. Die Polizei direkt nebenan reagiert besonnen. Einzelne Beamte gehen in die Kirche, da sind die Männer bereits weg. In der Fußgängerzone werden sie verhaftet. Dort haben sie bereits weitere Passanten erschreckt für ihr Prank-Video. Für die Polizei alles andere als ein Spaß. Ja, tatsächlich heißt es Streich. Das hat aber nichts mehr mit versteckter Kamera zu tun, das Ganze. Wir sind da auch schon im Straftatenbereich drin. Das heißt, wir haben die Störung des öffentlichen Friedens. Wir haben Vortäuschen einer Straftat. Wir haben Bedrohung unter anderem. Wir sind am Ermitteln deswegen. Und wir sind sogar am Schauen, dass wir die Polizeikosten den Beschuldigten dann auferlegen. Auch ein Schusswaffengebrauch bei solchen Einsätzen ist nicht auszuschließen. Diesmal aber geht alles gut, auch dank Pater Peter Balleis. Er hält die Heilige Messe. Als die Männer direkt vor ihm mit ihrer Show beginnen, bleibt er ruhig und predigt weiter. Angst dürfe nicht mit Region verbunden werden, sagt er. Der Streich eine große Dummheit. Anzeige will er nicht erstatten. Ich habe der Polizei gesagt, sie sollen mal vorbeikommen, sie sollen sich entschuldigen, denn sie haben meine Predigt gestöhnt und die Leute. Und ich würde gerne mal mit denen reden. Denn solche Aktionen sind in diesen Zeiten ganz schlecht, weil sie Emotionen aufbauen. Und darum dürfen wir auch nicht Dinge aufbauen. Das war ein dummer Scherz von jungen Leuten. Und Pranks, so wie man das im Englischen nennt, wird ja überall gemacht. Die haben wir gemeint. Aber das ist nicht immer hilfreich und war überhaupt nicht hilfreich. Auch wegen Störung der Religionsausübung müssen sich die Männer jetzt verantworten. Noch laufen die Ermittlungen. Das gedrehte Video ist sichergestellt und wird nicht als Prank im Internet auftauchen. Apropos, auch so geht Prank. Eines der meistgeklickten Videos aus Amerika. Ein Mann hat offensichtlich ein sehr dringendes Bedürfnis. Ich kann's nicht halten, ruft er. Betritt ein Dixi-Klo und dann... Ciao. Auch darüber kann man diskutieren. Aber wenigstens macht das keinem Angst. Oh mein Gott.